Ja, meine Lieben, die Nummer 1 war die Dominikanische Republik. Die Nummer 2 war die Insel Mallorca. Was kommt jetzt als Nummer 3? Wer das wissen will, sollte dranbleiben. Ja, meine Freunde, da ist er wieder, euer Uwe. Und heute, ja, mit 1, 2 und 3. Ihr wisst ja, alle guten Dinge sind 3. Und ihr habt es ja schon so ein bisschen im Einspannen gehört. Die Nummer 1 von Uwe mit der Auswandererei war die Dominikanische Republik. Die Dominikanische Republik war schon ein Traum, wie ich 92 ausgewandert bin. War ich einer der Pioniere dort. Und das ist ja der Wunsch von vielen Leuten, die auswandern wollen, dass sie als erstes mal die Karibik ins Auge fassen. Es ist schon ein Traum, ihr Lieben. Weiße Strände, Palmen, Musik und so weiter und so fort. Aber nach 29 Jahren Leben in der Karibik mit allen Höhen und Tiefen, habe ich mich entschieden, wieder bedingt durch Corona und einige andere Einflüsse, das wisst ihr ja, wieder zurückzugehen nach Europa. Man wird ja auch nicht jünger, muss man ja auch mal dazu sagen. Ja, aber hier habt ihr noch so ein paar kleine Eindrücke aus der Karibik. Also das seht ihr schon, das ist natürlich schon ein Traum. Aber nicht alles Gold, was glänzt. Kann man das sagen. Und somit bin ich aufgrund von Corona, das war der letzte Auslöser, wieder zurück nach Europa, erst mal zurück nach Deutschland, wieder zurück an den heimischen Tisch von Mama und Papa. Und dann habe ich erst mal überlegt, was passiert jetzt, was macht der Uwe jetzt? Und wir kamen dann gemeinsam mit der Community so ein bisschen auf den Gedanken, okay, bedingt durch meine Höhlentaucherei, bedingt durch technisches Tauchen, wäre doch ein tolles Domizil die Insel Mallorca. Ja, gesagt, getan, hingeflogen, angeschaut, für gut befunden und gedacht, wunderbar, jetzt gehen wir nach Mallorca und machen dort eine Tauchschule auf und los geht's. Weit gefehlt. Denn die Bürokratie auf der Insel Mallorca, gepaart mit den lieben Kollegen, ist nicht so ganz so einfach zu handeln. Und ja, nach einem halben Jahr habe ich mich dann entschlossen, dort dann auch wieder die Zelte abzubrechen und wieder zurückzugehen nach Deutschland. Aber ihr seht es hinter mir, auch die kalten Seen jetzt in Deutschland sind nicht unbedingt so verlockend. Der See hier hat auch so eine leichte Eisschicht und so. Ich habe das probiert. Ich bin also auch ja mit Trockentauchanzügen mittlerweile ausgestattet. Das ist ja alles gar kein Problem. Ich habe auch private Kurse gemacht in Bergwerken und so weiter. Werde ich auch weiterhin tun. Das ist auch kein Problem. Aber das kalte Deutschland ist jetzt doch nicht so unbedingt das, was mich doch fesselt. Und bevor ich also dann den Kopf in den Sand stecke, dann habe ich mir gedacht, okay, schauen wir uns um und schauen dann noch mal ein bisschen weiter. Und eine liebe Familie hat mir ja doch schon vor längerer Zeit angeboten, irgendetwas mit ihr zusammen zu machen. und zwar auf dem spanischen Festland. Und da war ich jetzt auch und das Ganze nimmt also jetzt auch dann Hand und Fuß an. Und das ganze Projekt wird sein in Daimus. Das ist in der Nähe von Gandia und das liegt zwischen Valencia und Alicante. Und dort wird ein Projekt entstehen, ein Dive Center mit Unterkünften. Schönes, kleines Projekt. Wunderbar. Und da wird der Uwe ab April in irgendeiner Form das Tauchen anbieten. Jetzt hat man überlegt, ob man das Ganze eventuell mit Goodbye Deutschland, wie auch immer, dann inszeniert. Aber letztendlich haben wir davon abgesehen und haben uns mit dem Gedanken getragen, das Ganze im Grunde genommen selbst YouTube-mäßig ein bisschen festzuhalten. Und das ist heute so der kleine Einstimmer auf das, was da eigentlich die nächsten Wochen, Monate kommen wird. Denn wir werden das Ganze auf YouTube festhalten und wir werden beginnen eigentlich mit der Abreise von Uwe hier aus den europäischen gefüllten Deutschland, Schweiz, Richtung Spanien. Ihr werdet also dann sehen, wie der Uwe in der Schweiz startet, weil da muss ich nämlich meine Sommerreifen aufs Auto ziehen, die liegen nämlich noch dort. Und von dort Richtung Spanien fährt mit dem Auto. Wir werden einen kleinen Roadtrip machen und werden euch so auch die Sachen zeigen, wenn ich also dann in Gandia, in Daimus ankomme und wie es dort weitergeht. Also ihr werdet absolut auf dem Laufenden gehalten und wir haben ein kleines Storyboard geschrieben, wie das Ganze aussehen soll. Und ich hoffe, dass das auch so funktioniert mit der ganzen Arbeit der Kamera und Vertonung und Schneiden und so weiter. Also es wird eine große Herausforderung. Wir haben natürlich auch vor, im Dive Camp selbst, also im Dive Camp, im Dive-Ressort selbst, Kameras zu installieren, dass ihr also auch immer so ein bisschen Live-Cam-Support, Live-Cam-Action habt. Das Ganze soll auf YouTube und auf Twitch dann im Grunde genommen übertragen werden. Das ist so der Plan, ja. Und ihr seht, alle guten Dinge sind drei. Nie den Kopf in den Sand stecken, immer weitermachen. Und ich denke schon, dass das ein gutes Projekt wird. Zuvor jedoch sind wir in Ägypten. Also in knapp drei Wochen geht's los. Am 12.02. bin ich auf dem Weg nach Ägypten. Dort mache ich ein Dive Camp für zwei Wochen. Und auch von dort natürlich werden wir berichten und werden versuchen, live zu gehen. Und aber, wenn das nicht funktioniert, werden wir auf jeden Fall YouTube-Videos machen. Denn ihr sollt ja hier aktuell am Laufen gehalten, und am Laufenden gehalten werden, was so passiert jetzt hier mit dem lieben Uwe. So. Hat einer Lust tauchen zu gehen? Ja, nicht unbedingt so. Ich habe auch keine Ahnung, wie das hier in diesem See überhaupt möglich ist. So, ihr Lieben. Das war wieder mal eine kurze Information, was so passieren wird die nächsten Tage. Aber ich denke, ihr könnt euch freuen auf die neuen Sachen, die da kommen werden. Denn ich freue mich auch. Und das war's für heute, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.